Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Feuerproben-Spektakel. Und zwar hier einmal, diese Woche ist ja der Spielkorridor aktiv. Wir spielen auf die Legende, das ist schon schwierig genug, weil hier nämlich einmal Arachnein aktiv ist, dann Champions Überladung, Champions Barriere, dann Ausrüstung gesperrt. Hier einmal passgenau und zum Schluss noch Belmons Algorithmus, erhöhte eingehender Leere und Luftschaden. Also nicht springen, wenn es geht. Und ja, das ist hier jetzt gleich einmal mit Patrick und Himmel zusammen. Spaß um zu gucken. Ich rede mit denen, ihr hört die nicht, ihr hört nur mich. Und dann geht es jetzt auch direkt los. So, ich starte. Guck mal, ob mein Konflikt auch okay ist. Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher. Oh. Es zu zerstören würde eine wichtige Verbindung zu den Wechs abbrechen. Vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, weitere Übergriffe vom Portal aufzuhalten. Wir waren ja keine leere Stelle hier, ne? Das war ja mal. Ah, okay, wenn die Gültigkeit connected, dann geht das nicht. Okay, ich hole dir einfach nicht so auf den Boden. Okay. Zum Ende wird es nur lustig, ne? Zum Ende nerven die halt ab. Zu zweit. Also Sven hat auf jeden Fall die ganze Achtung. Direkte Überladung. Oh shit. Ich weiß sogar nicht, was er explodiert ist. Ich glaube, meine eigene Granate hat gekillt. Boah. Ich habe keine Spitzel hier. schwere ich brauche das ist ja das primär munition so nur beim schweberwitz und wir haben es Wir spielen mit Serums nervig. Da wären wir wieder. Beim Aufräumen eines weiteren Chaos von Clovis Bray. Ich bin mir sicher, wo auch immer er ist, er lacht uns aus. Er ist der Grund, warum das alles überhaupt hier ist. Die Dunkelheit hat ihm gesagt, er solle das Portal bauen. Es ist seine Schuld, dass die Vex eingefallen sind. Seine Schuld, dass so viele gestorben sind. Ich habe alles getan, was ich konnte, um zu helfen. Es war nicht genug. Du musst mich die Hilfe aufzählen, die du erbracht hast. Jede Hilfe ist genug. Du hast weit mehr getan als die meisten. Und es fängt gerade erst an. Kleines Licht. Wie gesagt, wir haben uns auch hier von oben her auf Held geschafft. Oder Karte zu erreichen. Was ist mein Mann? Der Chef ist in der Hand. Haus? Haus? Hausgeschäft? Äh, ja. Nicht der. Nicht der! Das war knapp ey. Das ist einfach mal bestätigt. Wenn wir ihn hier umnehmen, bin ich voll. Warte, 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 ich bin noch nicht da. Oh jetzt. Schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Ja. Brauche ich gleich einen Pfeil hier irgendwo? Einen Pfeil behalten? Okay. Ja. Da kommen alle links. Ich bin schon klar. Ich bin klar. Da ist ja abgefeilt das Menschen. Ja. 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 Da ist ja abgefeilt das Menschen. Ja. 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 Die Bösen. 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 Die Bösen.